Mein Name ist Andrea, ich bin International Tax Manager bei AECOM, zuständig für Kontinental Europa und ich berate den Finance- und operativen Bereich in allen Steuerbelangen. Da AECOM so gewachsen ist, sind wir in der Steuerabteilung dafür zuständig, die Struktur zu optimieren und neu zu ordnen und dafür zu sorgen, dass Operations und Finance sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann. Ich bin seit 2011 bei AECOM und ich liebe das internationale Umfeld und die Herausforderungen, die da mit sich kommen und besonders gut finde ich das Programm Freedom to Grow, was mir erlaubt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Also im Steuerbereich bei AECOM fasziniert mich am meisten, dass ich nicht nur beratend tätig bin, sondern auch dabei bin, wenn das dann umgesetzt wird, was ich beraten habe, ob es jetzt im operativen Bereich ist oder wenn ich internationale Betriebsprüfungen habe. AECOMs Vision Build to Deliver – A Better World begeistert mich, weil unsere Projekte einen positiven Beitrag für viele Menschen leisten. Mein Name ist Andrea Wittmeier, ich kümmere mich um die Zahlen bei AECOM, damit sich das operative Geschäft auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann. Vielen Dank. ACHOREN